Hey Leute, heute befinden wir uns gerade hier in dem österreichischen Jakobsweg auf jeden Fall. Und warum sind wir überhaupt hier? Ja, ganz genau, um den Sonnenuntergang anzufahren. Ich meine, da sind jetzt Wolken, also man wird es besser erkennen auf jeden Fall da unten. Also ja, man kann jetzt sagen, da ist Sonnenuntergang auf jeden Fall. Und ja, da war jetzt auf jeden Fall der Udi, der ziemlich, ziemlich kaputt ist auf jeden Fall. Ja, es ist der 28. Juli, falls ich das Video einen Tag oder mehrere Tage später aufladen sollte auf jeden Fall. Ja, wir haben einiges mitgebracht. Wir haben Handy, Fanta, Wasser und diesen Rucksack hier. Also ja, auf jeden Fall. Es war sehr, sehr knapp. Wir haben, ja, wir haben gedacht, das wird nichts. Aber ja, es wurde doch irgendwas auf jeden Fall. Also ja, also wir dachten, dass wir den Sonnenuntergang verpassen. Also ja, es ist auch überhaupt gar nicht windig, also passt perfekt. Die Wolken nerven so ein bisschen, also blockieren ein bisschen, aber ist in Ordnung auf jeden Fall. Ähm ja, genießt den Ausblick, Leute. Genießt den Ausblick. Geiler Ausblick, oder Leute? Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ähm ja, aber Udi, ähm Leute, ähm, wisst ihr, was heute passiert ist? Udi ist abgehauen. Also ja, ich wollte ihn ganz normal, ähm, spazieren bringen. Aber das Ding war, ähm, dass ich so los war und der, ähm, die Leine war nicht so fest dran. Und dann ist es natürlich ausgerutscht und dann konnte er einfach abhauen. Ähm, Digga, ich hatte schon Panik. Okay, oh, jetzt beginnt die Sonnenuntergang. Okay. Nein, auf jeden Fall. Kann man so, kann man so? Nein, das geht leider nicht, aber ich hoffe, oder? Oh ja. So. Okay, passt. Ähm, ja Leute, es sieht geil aus. Oh Gott. Ja. Ähm, Leute, richtig geil, oder? Ja, sieht sehr, sehr geil aus auf jeden Fall. Der Sonnenuntergang. Ja. Ähm, diesmal im Video aber keinen Sonnenaufgang, aber Sonnenuntergang auf jeden Fall. Kurzes Sonnenuntergang-Video auf jeden Fall. Genießt den Sonnenuntergang, Leute. Ich werde gleich Musik einpacken auf jeden Fall. Ähm, nur, ja, wie, also, ich habe ihn einfach, Udi, also kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, Udi ist abgehauen. Und zwar, Leute, es ist einfach abgerutscht, die Leine und, ähm, ähm, Dings und dann, ja, konnte einfach abhauen. Aber bei dem letzten Baum, da hatte ich keine Energie mehr und da war die letzte Chance für mich, das, ähm, zu Dingsen auf jeden Fall. Es sieht richtig geil aus, der Sonnenuntergang, auf jeden Fall. Also, ja, es ist auf jeden Fall 28. Juli, wie gesagt. Ich weiß, dass ich zu viele Wörter wiederhole, so, aber ich weiß auch nicht, wieso, aber ja, egal. Ähm, ja, Leute, falsche Frage, warum bin ich mit Feuer, ähm, Dings, Feuerwarn, Mann, Ausrüstung, ähm, ich meine, keine Ahnung, Leute. Ich habe keine anderen Kleidung gefunden, auf jeden Fall. Also, ja, aber, Leute, jetzt beginnt wirklich der Sonnenuntergang, also schaut sich das an. Meine, wieder so. Okay, Leute, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Also, ja, kann man das gut erkennen, ne? Ja, man kann das gut erkennen, auf jeden Fall. Och, Mann, wären, wären die Wolken nicht da, da wäre es auf jeden Fall noch besser. Also, klar, aber, naja, ähm, sieht geil aus. Jetzt kann man das besser erkennen. Auf jeden Fall, Udi, bist du komplett kaputt, wartest, Leute. In der Zeit, ähm, ja, genießt den Sonnenuntergang. Untertitelung im Auftrag des ZDF, auf jeden Fall. Und in der Zeit, von allen Steiger, bin ich blöken. Bis zum 기본 ist Du splash, im Montag, ja, so gut ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 der untergang ist vorbei und ja leute ich habe ein bisschen wasser gegeben mir aber so muss es halt erwarten wenn wir so lang spazieren gehen ja leute ich würde sagen das war's heutige video ich hoffe man konnte es gut sehen auf jeden fall ja also es auf jeden fall richtig schön aus also ja wirklich geil jetzt fängt es auch und dunkel zu werden also ja leute und wir gehen jetzt weiter in ölbereich jacobs links auf jeden fall ja wir müssen auf jeden fall dass ihr in den jacobs also jacobs weg kommen auf jeden fall ja leute macht einen schönen tag oder abend keine ahnung wann ich das video glauben werde ja und jetzt müssen wir mit diesem fahrrad hier auf jeden fall nach hause fahren auf jeden fall mehr macht einen schönen tag oder abend und wir sehen uns im nächsten video wieder bis zum nächsten video und ja